Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Flair Witch. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Um ehrlich zu sein, hätte ich gerne meine Flashlight. Hier, Flashlight. Wo ist der Hund schon wieder hin? Und wo bist du? Da bist du. Okay, wir müssen erstmal kurz mit dir interagieren, ne? Wie ging das nochmal? Kuh oder so? Oh, wir haben eine Nachricht gekriegt. Äh, stehen bleiben jetzt. Hä? Achso, ich muss gedrückt halten. Sorry, ich muss kurz erst wieder reinkommen. Kein Signal. Aber trotzdem eine Nachricht. Von Aileen. Happy Halloween, verwende die Kreide in deinem Rucksack, um Bullet angemessen zu verkleiden. Und sei vorsichtig dort draußen. What? Kreide? Was? Kreide? Warum? Warum? Ähm. Äh, was? Wie konnte ich denn nochmal mit ihm interagieren? Wie konnte ich nochmal mit dir interagieren, Junge? C? War C? Ja. War C. Ähm. Erstmal kurz streicheln. Warum sieht er jetzt so aus? Was soll das? Ja, ein guter Hund. Nee, Alter, das ist doch, das ist doch kacke. Ich will nicht, dass der so aussieht. Sniff mal ein bisschen, mein Freund. Führ mich mal dahin, wo ich hin muss. Ich will nur sagen, in die Richtung, ne? Okay, komm. Wir sollen wohl vorangehen. Ah, ich hab ja so keinen Bock, das Spiel weiter zu spielen. Ich hab mich die ganze Zeit gedrückt, aber ich brauch die Folge für morgen. Das heißt, wenn ihr die heute seht, ist es gerade 23 Uhr... Bullet? Bullet? Was hast du da? Na, super. Was denn? Komm mir hinterher, Junge. Wir gehen in die Richtung. Ich hab ja so keine Lust, dieses Spiel weiter zu spielen. Aber ich muss. Ich muss. Und nach der letzten Folge ist sowieso alles irgendwie... Ich verliere den immer aus den Augen. Das ist so eklig. Oh nein. Das Herz pochern. Ich weiß, was das... Äh, Bullet? Komm her! Nein, warum denn hier lang? Oh, Mann, ich... Check nicht mehr. Mann, ich hasse das, wenn man die Steuerung nicht so machen kann, wie ich die sonst immer überall hab. Sondern ich muss die Steuerung so nehmen. Wie das Spiel es von mir möchte. Da ist doch schon wieder das Böse. Das Böse ist im Busch. Camp A. Sommel. Ich will eigentlich in... Da geh ich nicht lang. Da ist das Vieh. Was sniffst du? Äh, äh... Warum sieht der jetzt so aus? Was soll das? Versuch die Hand so zu verbiegen, dass ich auf den Tasten mal noch sprinten kann. Was war denn das für ein Zeichen? Was ist das denn hier? Wieder so eine Marke. Hey, Art Roskos. Okay, das nehmen wir scheinbar nicht. Äh, und jetzt ist es einfach weg. Willst du mich komplett verarschen? Ach, nö. Das Problem ist, wenn ich die Nachricht jetzt lese, rennt der ja einfach weiter. Oder warts du auf mich? Wärst du so nett? Sie haben eine neue Sprachnachricht. Wie kann ich die denn abhören? Wie kann ich... Wie kann ich denn die Sprachnachrichten abhören? Das geht bestimmt irgendwie, aber wie? Anrufverlauf Nachrichten. Ja, hier kann ich drücken so wie viel ich will. Oh, ich will einfach nur hier weg aus. Ich will dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich hab genug von Blair Witch, Alter. Ich hab übrigens herausgefunden, dass das Spiel von den Machern von Layers... Layers of Fear? Heißt das so? Ich glaube, ja. Also die Leute, die hier dahinter stecken, die sind bekannt für Horrorspiele. Was jetzt nicht gerade so beruhigend ist. Okay. Okay, Speicherpunkt. Sollen wir damit fahren, oder was? Oh ja, ich hab ja richtig Bock. Direktion, lever, lever, power switch, forward, backward, brake. Ach, die war schon an, klar. Ja, der Bremse wahrscheinlich noch lösen, ne? Ich hab ja so keinen Bock. Ich hab ja so keinen Bock auf die Kacke. Ich guck lieber nach vorne als nach hinten. Boah, nee, ey. Wir sind noch komplett woanders, als wir gerade waren, ne? Ja. Okay, alles klar. Ich würd mich hier schon mal kurz umgucken, ne? Ah, ist ja, das hier ist das Sägewerk. Ja, ich erstmal Kassette kurz angucken. Hm? Okay. Once you're done, you put the fire out, and you close the pipes. Mhm. Ein schön langes Video. Mhm. Das macht auf jeden Fall alles sehr viel Sinn. Gut. Theoretisch geht's mit dem Video, aber wir wollen ja schon da rein. Oh Gott. Junge. Wir haben uns auf einmal offen und du blöder Hund, was pfeifst du mir ins Ohr? Alter, hab ich mich erschreckt. Schon wieder ein Bild. Ja. Hat der übrigens auch gesagt, dass ich mir den Film angucken will, aber den gibt's leider nirgends, den muss man sich kaufen. Da hab ich nicht so viel Bock drauf. Wir haben gerade... Gulldry. Gulldry. Wir haben gerade eine neue Lieferung erhalten. Komm zum Wartungsschuppen und hol die Teile ab, die du haben wolltest. Robert. Und dann ist das hier die Anleitung. Mhm. Dampfeife, Sicherheitsventil, Druckmesser, Druckventil, Druckregelventil, Feuerkammer. Ich hasse dieses Spiel. Wir sind da. Da geht's... Okay. Was hat der gesagt? Das sieht vielversprechend aus. Wir brauchen also erst die Teile, nehm ich an, ne? Hm. Ah, damit wir... Okay, verstehe. Ja. Das heißt, uns bleibt ja gerade erstmal nichts anderes übrig, als in die Richtung zu fahren. Die Teile zu suchen, mit den Teilen zurückzukommen, das zu reparieren, um das Ding loszuwerden. I got it. Okay. Let's go, Bullitt. Oh man, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Es ist wirklich einfach echt eklig. Es ist einfach eklig, eklig gruselig. Es ist irgendwie die ganze Zeit so eine richtig eklige Atmosphäre, weil man auch so wenig sieht, irgendwie. So, ich hab natürlich schon wieder komplett vergessen, wo wir hinwollen. Ich fahr jetzt einfach zu Camp B, ne? Tschau. Oh, Junge. Oh, Junge. Ne, 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 ne. Ne, da mach ich nicht mit. Ne, 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 da, bei der Sch... Ne, Alter, so ne Scheiße kann ich nicht... So das kann ich gar nicht leiden. Let's hope it's still standing. Ne, 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 ne... Auf die Scheiße habe ich keinen Bock Dieses dreckige Spiel Ich will es nicht mehr weiterspielen Da ist kein Bock mehr drauf Ich habe auf die Scheiße keinen Bock Ich habe auf die Scheiße keinen Bock Leckt mich alle Bundy Warum sind hier keine Teile? Name, Menge, Druckmesser, Schleifrad Bestell noch mehr Ventile Lager Bier hat die Leisphäre gerade verwendet Und Stein Looks like we won't be getting in through here God I'm so sorry Money Yeah 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 You Yeah